Herzlich Willkommen bei der Produktpräsentation von Colway International. Mein Name ist Mag. Melanie Goert und es ist mir eine sehr große Ehre, heute eine Firma repräsentieren zu dürfen, die mit Forschern sich ein Ziel gesetzt haben, dass eines der wichtigsten Proteine unseres Körpers, das Kollagen, als aktiven Wirkstoff für uns verfügbar zu machen. Eine ganz besondere Herausforderung ist es gewesen, denn wir als Mensch haben eine Triple-Helix-Struktur des Kollagens, wobei Säugetiere im Regelfall eine Vier-Helissen-Struktur aufweisen. Deshalb sind Forscher hergegangen und haben versucht und geschaut, wo könnte man eine ähnliche Struktur des Kollagens bekommen, auf natürliche Art und Weise. Gefunden wurde es im Fischkollagen. Fischkollagen und das menschliche Kollagen haben eine beinahe identische Struktur. Bisher war es aber nur möglich, in einer Triple-Helix-Struktur die Aktivität und die Lebendigkeit des Kollagens erhalten zu lassen. Durch aber physikalische Momente, durch physikalische Aktionen wurde es so weit gebracht, dass aus der Triple-Helix nur noch einzelne Aminosäure-Strenge entstanden sind. Bisher gesagt, diese drei Stränge auseinander gedreht wurden. So ist ein Kollagen entstanden, welches nicht mehr empfindlich ist auf Temperatur und welches man sogar mit anderen Wirkstoffen als Transportmittel für andere Wirkstoffe einsetzen kann. Kollagen Native Pure ist die reinste Form des Kollagens. Es ist bioaktiv und wie gesagt Temperatur unempfindlich. Es ist geruchlos und biologisch absolut rein und hat einen pH-Wert von 5,5, was natürlich ideal ist, weil wir diesen pH-Wert auch auf unserer Haut haben. Dieses Kollagen ist für alle geeignet, sogar für Säuglinge. Es ist ein Kollagen, das durch diese kleine Molekülgröße, dadurch, dass es in die kleinsten Teilchen auseinandergenommen wurde, auf physikalische Art und Weise und dabei die chemische Struktur beibehalten wurde, dringt es extrem tief in unserer Haut ein, verhilft den Fibroblasten, der Maschinerie, die Kollagen produziert in unserem Körper, wieder aktiv zu werden, durch die Aminosäuren, die wir ihr zufügen. Unsere neue Entdeckung oder neue Erweiterung, dass man andere Wirkstoffe hinzufügen kann, ist unser Kollagen Gold geworden. Kollagen Gold, wie gesagt, ist ein Kollagen, welches mit kollodialem Silber angereichert wurde. Kollodiales Silber verjüngt die Haut, wirkt als Sonnenschutzfaktor, ist aber auch so eine Art Ionenpumpe oder arbeitet wie eine Ionenpumpe, und verhilft anderen aktiven Wirkstoffen noch tiefer in unsere Zelle, leichter in unsere Zelle hinein zu gleiten. Es schützt auch vor der Entstehung von Pigmentflecken. Kollodiales Silber ist ein phänomenales Produkt, das wiederum sehr antibakteriell ist. Kollodiales Silber kann bis zu 650 verschiedene Bakterienstämme nivellieren, vernichten. Natürlich ist es dadurch auch eine sehr gute Sache gegen Viren, gegen Bakterien und gegen Pilze, die und daraus den resultierenden Hautveränderungen. Kollodiales Silber und Kollodiales Gold sind nicht ionisch, so wie wir sie vorhanden haben. Deshalb sind sie auch keine Schwermetalle und belasten unsere Zellen nicht. Kollodiales Silber wiederum ist so klein in der Molekulargröße, dass es zehnmal kleiner ist als die Viren und hundertmal kleiner als die kleinsten Bakterien. Das bedeutet, dieses Silber kann fantastisch die Zellmembran der Krankheitserreger durchbrechen und diese nivellieren. Natürlich hilft es auch dann in weiterer Folge die Regenerationsprozesse unserer Haut zu optimieren, sowie die Wundheilung. Azellainsäure wirkt ebenfalls antibakteriell, lindert Reizungen und Entzündungen, hält Pigmentflecken auf, sowie auch Narben, zum Beispiel nach Akne oder nach anderen Krankheiten. Lactoferin ist ein Protein, ein Antikörper unseres angeborenen Immunsystems. Das Lactoferin verleiht dem Kollagen Gold eine ganz leichte rosene Färbung. Es ist entzündungshemmend und wirkt sehr gut gegen Akne und unterstützt auf natürliche Weise die Funktionen des Immunsystems der Haut. Dadurch ist es auch ein Schutz gegen Pathogene, gegen Krankheitserreger wie Viren, Pilze und Bakterien. Zytosan unterstützt regenerative Prozesse der Haut und den Feuchtigkeitsstatus der Haut. Es regeneriert und lindert Reizungen sowie Rötungen. Es reinigt die Haut von Toxinen und Schwermetallen. Und eine Sache, auf die ich ganz besonders stolz bin, ist, dass wir es geschafft haben, Kollagen mit Retinol zu verbinden. Retinol ist die reine Form des Vitamin A. Es glättet die Haut. Es ist eines der stärksten und effizientesten Anti-Age-Mittel, die es gibt. Es ebnet den Teint. Es verkleinert Hautunebenheiten und es beschleunigt auch den Zellaustausch, der wichtig ist, um ständig neue, frische Haut an der Oberfläche der Haut zu bekommen. Es erhöht ebenfalls die Synthese von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure, die für die Festigkeit und Straffheit unserer Haut verantwortlich sind. Diese Produkte sind zusammenfassend so gedacht, dass Kollagen Nativ Pure ein Kollagen ist für alle. Von Säuglingen bis ins hohe Alter hinein. Für alle, die verschiedenste kleinere, sogar Wunden haben, um diesen einen schnelleren Heilungsprozess zu gewährleisten. Kollagen Nativ Gold ist ein Kollagen, das für problematische Haut zuständig ist. Eine problematische Haut durch bestimmte Krankheitserreger, durch Bakterien, durch Viren, durch Pilze. Es ist ein Kollagen, das unserer Haut wieder ihre natürliche Frischheit gibt. Eine kleine Anmerkung auch noch zusätzlich. Wundern Sie sich nicht, wenn das Kollagen in einer heißen Periode etwas sich verflüssigt. Wenn Sie es wieder in Raumtemperatur stellen, können die Peptide wieder sich zusammenfügen und es bleibt egal wie ein lebendiges Produkt und es kann nicht mehr dehydrieren.